Rückwärtslesen, das ist ganz schön schwer. Streffkür heißt rückwärts, rückwärts gelesen. Das ist ziemlich sinnlos, genauso sinnlos wie die allermeisten Gedenktage im Kalender. Und eben da taucht auch der Rückwärtstag auf, der 31. Januar. Rückwärtslesen, rückwärtslaufen, rückwärtsautofahren, das alles ist erlaubt am Rückwärtstag. Nur eines nicht, die Vorwärtsbewegung. Wer sich das ausgedacht hat, weiß keiner. Trotzdem, ein Gedanke ist daran spannend, dass nämlich bei uns im Alltag alles vorwärts gehen muss. Unsere persönliche Karriere, genauso wie die Gesellschaft insgesamt. Alles muss besser werden, oder nicht? Philosophen haben lange darüber nachgedacht, ohne Ergebnis. Ob sich die Dinge nicht vielleicht zurückentwickeln, unsere Gesellschaft Rückschritte macht in Sachen Menschlichkeit, in Sachen Frieden und Gerechtigkeit. Ob nicht auch wir uns persönlich zurückentwickeln, was unsere Fähigkeiten anbelangt, unsere Fertigkeiten, unser Geist. Das mag so leicht keiner sagen. Das mag am Ende einer beurteilen. Einer, der den Überblick hat über das Vor und Zurück in dieser Welt. Das mag am Ende. Das mag am Ende. Sehr gut. Auch die Reihe, zuvor. Das mag am Ende. Das mag am Ende.